Hey Leute, willkommen wieder bei BetterMeister und ja, und heute geht es mal um die Gewinnspielauflösung von meinem Gewinnspiel. Erstmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben, sehr cool von euch und gewinnen konntet ihr folgendes, Project Zero 2 für die Wii. Und ja, wir werden nun mal schauen, wer das Spiel gewonnen hat, indem wir die Kamera nun mal ändern. Also ja, ich werde mal kurz die Kameraposition etwas umpositionieren und mit euch auf eine Reise gehen, nämlich zu meinem Computer. Und hier haben wir dann schon mal die Liste mit allen Teilnehmern, habe ich hier extra angefertigt, mit Nummern und allen Leuten, die mitgemacht haben. Das Ganze geht bis Nummer 155 und ja, wir werden nun mal schauen, wer gewonnen hat, gehen hier einfach auf random.org. Hier habe ich schon eingegeben Nummer 1 bis 155 und werden nun mal eine Zahl generieren. Die 101, die 101 hat gewonnen, schauen wir doch mal nach, wer das ist. Scrollen wir wieder etwas hoch. So, die 101 ist folgende Person. i Loser BS. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen und ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ja, also vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, gewonnen hat i Loser BS. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Spiel Project Zero 2 für die Wii. Ich hoffe, du freust dich darüber und ja, du hast nun zwei Wochen Zeit, mir deine Adresse zu schreiben. Schreib mir einfach eine PN und ja, dann werde ich dir das Spiel zuschicken und ich hoffe, du freust dich. Ja, herzlichen Glückwunsch und ja, was soll ich sonst noch sagen. Danke an alle, die mitgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wäre total cool von euch und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Gewinnspiel, man weiß ja nie. Also ja, macht's gut, bis dann und das war wieder euer Ben der Meister. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.